hallo ihr lieben gute nacht es ist mal wieder so ist früher bei mir war weit nach geisterstunde 0 uhr 27 ist es gerade aber ich habe das bedürfnis noch eine aufnahme zu machen ja es geht mir irgendwie richtig gut aber das kennt man ja schon bei mir absturz dass man so denkt tiefer kann es ja gar nicht gehen und dann sind zum glück meine engel in meinem leben und damit meine ich jetzt meine menschlichen engel meine mädels meine freunde so ich weiß ich bin mal wieder zutiefst dankbar darüber dass sie alle da sind und weil ansonsten weiß ich nicht gut ich würde sicherlich auch irgendwie überleben aber ansonsten hätte ich nicht immer wieder so schnell den kopf oben und in letzter zeit merke ich das ja auch das habe ich ja schon öfter jetzt gesagt dass es auch wirklich gezielt ist gesteuert ist dass immer ich habe viele tolle menschen um mich herum aber dass genau die die in dem moment wirklich die hilfe bringen können die sind dann da die melden sich oder ich krieg den impuls sie anzurufen oder zu treffen oder wie auch immer und ich bin einfach da nur super glücklich das muss ich ehrlich sagen das ist ja etwas was ich eigentlich mein leben lang ich habe immer gedacht ich bin alleine und ja und auch den menschen habe ich habe ich oftmals nicht so wirklich getraut weil ich ja dachte ach mensch und das ist bestimmt gar nicht so und wenn ich mich jetzt darauf verlassen dann wenn ich zu schnappen möchte sozusagen nach dem worüber dann sind sie weg aber zumindest ist meine mädels meine schwestern meine freunde sind nicht weg ja und das ist doch schon mal das doch schon mal eine tolle sache was will ich eigentlich noch sagen ich weiß überhaupt nicht warum es mir so gut geht also ich habe aus diesem letzten drama und und es war eigentlich gar nicht mehr so ein großes drama wenn ich auch ich weiß ich habe einige videos gemacht wo ich gejammert habe und ich weiß aber auch das war das ego was gejammert hat aber es durfte sein trotzdem ich habe mich da sehr schnell wieder raus gearbeitet und bin eigentlich noch ein stück stärker geworden als vorher das muss ich wirklich sagen ich kann viel viel besser überall stehen oder einen schritt zurück gehen wie man möchte und das ganze von außen betrachten und mittlerweile ist ich habe es heute abend gerade in einem wundervollen gespräch gesagt früher habe ich immer so gedacht ja ich kannte dann leute die sagten ja ich weiß wie das spiel gespielt wird das spiel des lebens und dann spiele ich einfach mal mit und da habe ich immer gedacht ja toll ich glaube dass der person auch und ich würde das auch so gerne können und heute abend habe ich das gefühl dass ich da auch bin dass ich wirklich immer mehr aus dem ganzen mist raus trete und einfach bewusst mein spiel spiele und ich habe heute abend gesagt ich habe das verdient ich habe nur das beste verdient nur das beste steht mir zu und dann ging es natürlich wieder um dieses thema werden wir da getriggert werden wir da geprüft oder oder wie auch immer man das sagen will und wo ich dann gesagt habe ja ja das kann schon sein aber ich spiele das spiel mit und es geht endlich mal nach meinen regeln und nicht immer so dass ich so denke naja ich muss ja das nehmen was kommt und was das leben mir an brosamen bietet und so weiter es geht jetzt mal nach meinen regeln und das hat auch ganz viel damit zu tun dass ich in keinster weise irgendwie am leben hänge und dass ich oft genug zur geistigen welt gesagt habe was wollt ihr ich habe keine ahnung redet mit mir oder stampft den körper ein wenn ihr wollt dass der körper weiterlebt überlebt dann dann redet mit mir dann redet klartext mit mir und wenn es um die existenz angst ging wie oft habe ich da gesagt denn der körper überleben soll dann dann sorgt dafür ich tue das was ich zu tun habe was was der menschliche körper tun muss also gewisse materielle dinge regeln also physische dinge regeln und ansonsten dinge die ich einfach nicht beeinflussen kann warum mir das wieder gekürzt wurde oder nicht genehmigt wurde so wort sollen sollen sich andere damit umschlagen ja ich nicht mehr ich habe genug gekämpft ich habe für 100 leben gekämpft ich nicht mehr ich mache das nicht mehr und ich fühle mich zutiefst wohl damit ganz ganz ehrlich und mir ist es auch ziemlich schlatte was am ende dabei rauskommt ob ich jetzt ja man könnte ja sagen wo wenn du jetzt hier irgendwie eine zu große lippe wie heißt das nicht reagiert riskiert dann wirst du vielleicht bestraft oder das dicke ende kommt nach ja und mein ganzes leben war das dicke ende da kommt es dann auf ein paar mehr dicke enden auch nicht mehr drauf an mal ganz ehrlich so nüchter muss man das sehen und oder was heißt muss man das sehen weiß ich nicht ob man das so sehen muss aber ich sehe es gerade so und ich mag ganz ehrlich das macht mir auch spaß es macht mir wirklich spaß und das hat so was von lebensfreude ich muss also so viel lachen wie in den letzten tagen so viel gelacht habe ich selten und natürlich kommen auch mal wieder die 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 traurigen momente ja wenn ich dann auf facebook gehe und meine sachen durchgucke und dann von jedem bewussten indischen mann ein neuer post da ist und da ist neues bild von ihm und seiner frau das gibt dann schon stich ja weil wie ich ja sagte in den letzten videos alles das hatten wir ganz intensiv für uns geplant und ja ich sag jetzt mal ganz ehrlich dieser blöd mann meint jetzt sich zurückziehen zu müssen und meint jetzt andere wege gehen zu können zu müssen oder so dann soll er doch dann soll er doch einfach ich will das nicht mehr ich will da nicht mehr hinterherlaufen ich will nicht mehr in der warteposition sein ich war mein leben lang in der warteposition und insofern muss ich sagen wenn sie dann hinter den den schleiern getriggert haben dann haben sie das gut gemacht und weil ich nämlich voll drauf reagiere und voll sage ich spiele mit und heute abend in dem gespräch war das auch so dass wir noch beschlossen haben oder noch darüber geredet haben ja und was ist wenn dann dies und jenes ja so und dann habe ich gesagt ja und dann gucke ich erst mal dann gucke ich erst mal ich warte ganz gelassen ab und gucke erst mal ob mir das zusagt ob mir das gefällt und wenn mir das nicht gefällt dann spiele ich das spiel nicht mit oder ich drehe das um und stelle meine bedingungen und sage das und das erwarte ich jetzt das ist jetzt angemessen für mich und ich weiß nicht ich habe ganz oft das gefühl gehabt dass das die wie heißt das jetzt die aber ich weiß das wort nicht mehr die 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 eigene kraft selbst annahme in meine eigene kraft kommen und mir als ich das jetzt eben sagte da kam mir das wort das habe ich nicht selbst gedacht die schöpferkraft dass ich daran glaube und ich habe es heute in dem in dem gespräch mit meiner liebsten schwester habe ich das ja auch gesehen ich habe gesehen was für sie da wartet und dann habe ich gesagt okay wenn ich das für sie sehe dann gehe ich mal davon aus dass das gleiche für mich auch wartet bzw das was ich mir dann wünsche und was zu mir passt und dann habe ich noch während dieses gesprächs beschlossen ja und das kommt jetzt zu mir und das ist schon da und ich habe einen ganz tollen neuen video kanal entdeckt weiß ich gar nicht ob ich das schon gesagt habe ich werde mal ein video den link posten vielleicht ist das ja auch was für euch und ihren bitten das mal unter dieses video zu setzen die kann das so toll erklären michelle mariam die kann das so toll erklären auch wie das erschaffen funktioniert dass wir alle diese magie haben das finde ich so toll so hat das irgendwie für mich noch keiner gesagt wir alle sind in der lage dazu und das was was wir wollen das leben wir schon und das weiß ich zwar aber sie hat das noch mal anders gesagt sie hat das noch mal speziell gesagt dass ich das auch glauben kann und ich beschließe ich jetzt mal dass ich das ich weiß sehr wohl was ich mir wünsche und ich habe zwar gesagt keine wünsche mehr und so weiter ja man sagt viel wenn der tag lang ist und wie geht der andere spruch was interessiert mich mein geschwätz von gestern ich beschließe ich jetzt mal dass das was ich mir wünsche dass dass ich das jetzt ins leben ziehe weil die sieben mageren jahre sind vorbei mehr als sieben mal sieben magere jahre sind vorbei ja die fetten jahre sind mehr als überflüssig überflüssig toll überfällig mache ich natürlich und so will ich jetzt leben so will ich jetzt leben weil wenn wir wirklich göttliche wesen sind und magische wesen sind dann haben wir die kraft und die vor allem die schöpferkraft alles zu materialisieren und wenn wir uns unser leben angucken die meisten von uns da ist da ziemlich viel mist dabei gewesen das haben wir auch selbst erschaffen und der mist klappt immer hervorragend also dann dessen ein gedenk sagen wir doch jetzt wenn der mist so hervorragend geklappt hat dann wollen wir jetzt mal sehen ob nicht das glück und die freude hervorragend klappt ja jetzt denke ich schon wieder jetzt kannst du aber wieder powervoll reden und dann kommt demnächst wieder irgendetwas und dann bist du wieder ganz unten aber jetzt live und ich genieße dass ich jetzt so bin wie ich bin dass ich mich so fühle und ich stehe dazu genauso wie ich dazu stehe wenn ich im kreis kotzen könnte alles ist menschlich alles bin ich und alles darf sein und ich finde ich bin nicht die schlechteste ja auch wenn es ein ewiges auf und ab ist und eine ewige achterbahn fahrt ich bin schon ganz schön gut so und das gilt für jeden von uns jeder von uns tut jederzeit sein bestes und darauf dürfen wir alle sehr sehr stolz sein und wir alle haben alles glück der welt verdient und ich glaube das kann man sich gar nicht oft genug sagen und was ich im moment so faszinierend finde das ist ja wirklich das dass ich das gefühl habe ich weiß jetzt ein stück mehr wie das spiel funktioniert muss ich noch mal sagen ich kann es gar nicht mehr in worte fassen weil das ist so aus mir heraus ich beschließe das und das soll sein das und das will ich haben ich beschließe ich fordere es ein sozusagen und mich hat früher immer gestört auf knien zu rutschen und die geistige welt zu bitten das und das und das und dann furchtbar dankbar zu sein ich gebe zu das ist noch nicht ausgegoren auch das mit der dankbarkeit ich finde wir können alle sehr wohl dankbar sein für was weiß ich noch nicht genau das muss ich ehrlich sagen aber ich habe so das gefühl dass dankbarkeit eigentlich was sehr sehr gutes ist und wenn ich das ein bisschen mehr fühlen würde das würde mir gut zu gesicht stehen und das wäre auch gerechtfertigt und das würde auch dazu führen dass es noch viel mehr gibt wofür ich dankbar sein kann insofern ist es nicht nur gut und angemessen sondern auch noch schlau naja da hinter das geheimnis der dankbarkeit der wirklichen dankbarkeit werde ich auch noch kommen obwohl ich bin es doch schon ich bin es für die menschen in meinem leben und das kann ich wirklich aus tiefstem herzen sagen die seelenfamilien ich hatte ja früher schon diese menschen aber jetzt noch viel mehr die seelenfamilien sind zusammen und immer mehr und immer enger und immer direkter und manchmal ist da schon gar keine keine trennung mehr dazwischen also keine entfernung mehr dazwischen wenn sie dann nicht aus meinem ort hier kommen und das ist wirklich ganz ganz schön ja und es gibt noch etwas neues zu berichten seit heute bin ich mitglied einer politischen partei man stelle sich das vor das ist natürlich keine von den großen parteien hier spd cdu was weiß ich was es so gibt da habe ich sicherlich nichts verloren obwohl gerade eine dieser parteien mich in letzter zeit sehr sehr gut unterstützt nein eine etwas kleineren partei die aber voll das vertritt woran ich auch glaube und das was mir wichtig ist sie nennt sich die v partei und ich kenne die schon etwas und ich tue mich auch so ein bisschen schwer da in solche gruppen rein zu gehen ich bin schon ganz lange nicht mehr irgendwo mitglied gewesen oder so aber gerade heute wir hatten da treffen und ich hatte irgendwie den impuls macht das tritt da ein das ist gut das sind menschen die energie hat sehr sehr gestimmt für mich und es sind menschen die glauben an ähnliche dinge wie du und und treten für ähnliche dinge ein und ja das ist irgendwie eine ganz tolle erfahrung und ich bin sehr sehr neugierig was da noch passiert und ja vielleicht werde ich am ende noch bundeskanzlerin oder so kann ja sein oder bundespräsidenten ja das muss ich dann wirklich nicht haben ich habe doch etwas andere pläne aber das ist eine irgendwie eine tolle erfahrung und ich weiß es soll so sein dass es das ist richtig dass ich das gemacht habe ja ihr lieben was soll ich noch sagen keine ahnung jetzt habe ich erstmal glaube ich alles gesagt was ich so auf dem herzen hatte und ich weiß nicht wie es euch geht aber ich möchte noch mal so richtig sagen wenn ihr auch das gefühl habt jetzt bricht alles zusammen und jetzt geht nichts mehr und so weiter vergesst nie es ist alles ein spiel und es ist eine illusion und man kann wirklich lernen wie das spiel funktioniert man kann man kann zumindest damit beginnen und keiner von uns ist abhängig von irgendetwas und dafür war es gut dass ich mir immer wieder eine blutige nase geholt habe wenn ich im außen gegen die wand gelaufen bin das war wirklich gut weil ich kann nicht sagen wie es jetzt passiert ist aber das hat mir dabei geholfen auszusteigen auszusteigen aus dem spiel des egos und ich will nicht sagen dass ich da komplett raus bin ganz bestimmt nicht aber zumindest schon schon über lange strecken auszusteigen und das ganze einfach nur zu beobachten und das ist ein geniales gefühl das kann ich euch wirklich versichern ja ich drücke euch ganz dolle passt schön auf euch auf und bis bald ciao